Halli und Hallöchen mein Leben vor der Welt Na, ich hab doch gar nicht anmoderiert, Mann Ich hab gedacht ich soll Nein, du hast doch schon anmoderiert, jetzt bin ich dran Ach so, ich hätt's jetzt geschnitten Oh Mist, gut, also jetzt geht die Aufnahme los, ein, drei, zwei, eins Moin Kinder und herzlich willkommen zu Minecraft Battle Staffel 9 Folge 2 mit Cydia LP Und ich werde dich grad von dem scheiß Skelett angegriffen Hi Ich bin in dem, ich bin in der Höhle und bei mir ist gar nichts Ja, ich hab Kohle gefunden Ich lebe noch Ist das schön zu hören Jetzt bin ich im Wasser Ach, geh weg Wasser, geh weg So, ich hab dir jetzt nochmal deine Öfen einfach geklaut Das finde ich nicht gut Äh, deine, nicht deine Öfen Ich meine natürlich deine Kartoffeln Also das finde ich auch nicht gut Dafür hab ich aber dafür neue eingelegt Das ist okay Ich will irgendwie, oh oh oh, sag jetzt nicht und nisch Lava Jawoll Och ne, fuck fließende Lava Nützt uns noch nix, außer wir blenden die selber irgendwo Huch Lag Auf welcher Höhe bin ich eigentlich mittlerweile? 26 Mich wundert das hier im Cave nirgends Monster Jetzt hab ich's gesagt Emeralds brauchen wir gar nicht, oder? Ne, ne? Wir spielen ja kein Magic dementsprechend Ne, eigentlich nicht Ich werd schon wieder beschossen Warum sind hier unten eigentlich keinerlei Mobs? Keine? Nirgends? Gut, mir soll's recht sein, aber mich wundert's nur Ich ess mal schnell eben was, sonst sterbe ich gleich Ist da wieder jemand gestorben? Hab nichts mitbekommen Ich hab auch nichts mitgekriegt So, jetzt machen wir mal das Haus hier einfach ein bisschen größer Habe ich Holz mitbekommen? Es sind immer noch, warum sind hier keine Mobs? Wie gesagt, ich hab wirklich null dagegen, aber Da, zack, 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 zack Huch Es ist ja ein bisschen einfach, wenn den Kebs keine Mobs spawnen würden So, Holz Holz I need Holz Ach, ne, ist nicht dein Ernst jetzt Hm? Die Dreckskelette geben wir auf den Keks hier Ich hätte jetzt gerade gesagt, das bauen keine Mobs wegen Friedenszeit, aber die oben sind ja auch welche Ich will doch einfach nur Holz farmen Mehr will ich doch gar nicht Ist nicht so schwer Der baut einfach ein Haus, ich komm nicht drauf Klar Anstatt einfach direkt sich auszurüsten, farmen, ich baue mal ein Haus Ja, ich will ein Haus Zombies Und spinnen Aber solange du jetzt nicht stirbst, ist alles okay Ja, ja Wie leicht Wie die anderen gerade dauernd sterben Weißt, ich bin im Cave und mir passiert nichts und du stirbst bei einem Hausbau Da ist immer was falsch rum Aber ich hab's überlebt Alles, Roger Übrigens, da ich mich ja in der letzten Episode vorgestellt habe, würde ich sagen, kannst du dich dir da mal vorstellen, oder? Achso, ich soll mich jetzt vorstellen Ja Ich bin der HP aka Basti, ne Nur für die Zuschauer jetzt mal von Cydia LP, die anderen, die mir jetzt zuschauen, kennen mich ja Und wissen wir, was ich mache Und, ähm, ja, ich mache Let's Plays seit insgesamt fast zwei Jahren Oh Und, äh Hab die zwei schon überschritten Du hast die zwei schon fast überschritten Ne, ich hab sie schon überschritten Ach, hast du schon überschritten 13. Oktober Mensch, du bist ja ein Schlawiner Ja Oh Gott, Baby Zombies Die sind die schlimmsten Warte mal eben Da muss ich mich an die vorherige UHC-Battle-Staffel erinnern Und tot So, ähm Steve Steve ist auch gestorben jetzt Mensch, alle sterben hier Ich bin im Cave und mir passiert nichts Ich glaube Was ist denn mit Team Black los? Die sind ja schon tot Die haben ja nur noch, die haben nur noch sieben Leben Du wisst, ich merke gerade, ich muss das Haus doch nochmal einen Zacken breiter bauen Ich bin zu nah am Wolleblock Ne, also wie gesagt, ich bin HP Ähm, mache Let's Plays schon seit fast zwei Jahren, wie gesagt Momentan läuft bei mir jetzt seit mittlerweile drei Projekte Minecraft Darunter Groove, wo wir ja alle Minigames spielen So mit Geeks Gürtel und so Ah, das hab ich halt gesehen Ich muss Dann, äh, Ultra Hardcore Liefer jetzt gerade aus Ist ja gestern, glaub ich, die letzte Folge bei mir gekommen Dann läuft bei mir Call of Duty Advanced Warfare Battlefield 4 Multiplayer Also hauptsächlich so Multiplayerspiele Ähm, Triple A Titel sind eher so Nicht mehr die Regel, wie früher Und, ähm Ja Mehr gibt's eigentlich nicht zu erzählen Ja Muss ich mal so andeuten Ich hab auch vorher Christoph Treben Keiner vorbeiguckt Ich musste immer jemanden aussuchen Den ich spielen will Weil ich hab mich bei Ähm, Skill PvP Skill 1 angegeben Was ja eigentlich, glaub ich, eher zu viel ist Ich hätt eigentlich schon eher in 2 eingestuft Aber ich hab mich vertan Ich hab gedacht, erstmal war ich auch 1 Weil 1 ist Es gab ja nur gut und nicht so gut Weißt du, was für ne Einteilung Ja, ich hab mich auch nur als nicht so gut eingeteilt Ja, ich hab mich eigentlich auch als nicht so gut eingeteilt Aber dann hab ich mich vertan, aber egal Deswegen hab ich dich an der Backe kleben Ja, also Ich hab mir dich so gesehen ausgesucht Oh Mann Ich konnte mich zwischen dir und V-Pain entscheiden Und du hast dich für mich entschieden Oh, da fühl ich mich jetzt aber gewöhnt Ich wollte mich zuerst für V-Pain entscheiden, weil der ja letztes Mal das coole Intro gemacht Hab ich gedacht, das ist bestimmt nicht schlecht Aber dann hab ich von dir in Evil Within Fall gesehen Hab ich gesehen Face Game Jetzt weiß ich wie der Typ aussieht Jetzt spiel ich mit dem Ach so Da hab ich dir gedacht, ach ja Jetzt weiß ich wie der Typ aussieht Ach, jetzt machen wir's so Ja Das ist auch ne geile Aussage Alter, ich hab 26 Kohle, 26 Eisen, 5 Gold Okay, dann würde ich dir mal empfehlen, dass du mal langsam oder sicher wiederkommst Ich komm ja in 10 Minuten durch die Grace Period vorbei, ne Wie tief bin ich denn? 16 Ich suche doch noch Diamanten Er sucht noch Diamanten Ich glaub ich tu jetzt ein bisschen Stripmine Auf Höhe 10 oder so Bin ich jetzt Mach mir dann dafür ein paar Fackeln und danach werde ich Was ist? Und wieder sind die Blöcke aufgetaucht, die ich schon abgebaut hab Sprecklich sowas Und danach werde ich mal, ähm Jetzt hör ich Zombies Egal, ich baue mich dann danach hoch Hier mach ich, dass ich weiß, wo ich angefangen hab Mache ich mir einen Erdblock mit einem Oak-Zäppling hin Und dann Stripmine ich jetzt, bis ich keine Spitzsacken mehr hab Zack, Zack und ich hab kein Holz mehr Man darf schon Stripmine beim UHC, was ist ja verboten Beim UHC war's verboten Hier ist es glaub ich erlaubt, ja Gut Kann ich übrigens Jetzt hör, ja jetzt hör ich doch mich zuhauf Das ist toll Gut, ich baue mich, ich baue mich dann nachher geradeaus hoch auf jeden Fall So und ich werde jetzt einfach mal das Haus schlicht bauen Das kann man ja dann noch erweitern So, äh, Eisen Jetzt kann ich auch die Gamma von Minecraft runter drehen Auf 1,0 Das ist echt schimmelig, doch ein krankgräbschen neben dir Äh, äh, äh brauchen wir eher nicht diese bauen sich denn die bäume eigentlich von selbst ab sollte das nicht normalerweise so sein nee das ist stimmer matt ach so und der erste kreep allein komm sind hier diamanten oder so ein zombie zombie kommen ja gell du ist er nicht putzig ist eine tod und ideas man auf tauchstation redstone nope ich habe so das doofe gefühlt dass ich dabei besucht werde und wem von den leuten ist es jetzt angriffszeit nachher stimmt euch ein hausgebot was jeder gleich direkt zieht das haus ist schon sehr unauffällig gebaut so ist ja nicht ich bin gespannt was ich sehe wenn ich zurückkomme es ist nämlich in die erde eingefügt in die erde eingefügt und ich finde hier nichts jetzt will ich mein holz wieder umwandeln in bretter das ist ja nicht gerade ein bisschen mehr pro fünfer sicher fest gehabt das geht ja mal gar nicht gleich mal einen pc kaufen ja genau gleich einen neuen pc kaufen ich gehe jetzt einfach los kaufen neuen pc bis gleich bis gleich ich spiele weiter nein ich habe ein ja gehört ja von meinem freund der ist gerade da sitzt daneben und spät f1 2014 er hat früher eigentlich hat der den kanal gestartet aber dann hat er keinen bock mehr gehabt und jetzt mache ich ihn seit zwei seit anderthalb jahren alleine okay hoch ich sollte vielleicht noch eine tür bauen das wäre von vorteil wo ist meine crafter box warum finde ich nichts emeralds und redstone wow jetzt kann man nur zum level benutzen und zum level kann man auch in halt nicht erlaubt ne das nicht erlaubt ne man das höchst dann vielleicht doch abbauen ja genau xp da und dann machen wir mal zu wir haben eine tür wir brauchen noch fackeln an der wand was sieht hier keine creep spawn ich finde nichts er findet nichts ich bin doch auf höhe 10 höhe 10 ist doch ok da habe ich genügend holz ja habe ich ein baby zombie zack 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 ist kein holz mehr ich rast als doch ich wollen wir bauen sich doch ab von selbst ach du meinst so ich habe gedacht du meinst dass sich damals nur die blätter und so ne ich meinte jetzt die blätter nur ja also redstone wenn sie in dem spiel natürlich hinter dem westen natürlich eisen warum nicht er willst du nimmst mit aber hat nur für die xp das wird später von der redstone habe noch keines gefunden weil ich baue hier ein haus naja ich weiß egal ich lasse den typen einfach mal machen uns findet eh keiner vielleicht haben wir jetzt 31 30 reicht schon mal für eine rüstung auf jeden fall ich sollte vielleicht noch mal raus wir sind echt nimmst ihr es war kurz jetzt kotz mir an finde ich nicht gut muss ein server lag sein vielleicht bist du im falschen bio bin unter die aufnahme wieder vorbei ne 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 dann ist die grace period vorbei ja dann heißt es doch normalerweise auch oder geht die bin ach geht jetzt in folge 30 minuten oder was ne 15 aber dann steht in der battle goes on für so ne die grace period war ja 30 minuten ja ich finde überhaupt das hatte ich noch nie dass ich wirklich gar nichts finde alles gibt es das erste mal hätte er nicht immer relativ viel glück gut ich habe noch nie in 1 7 gespielt mein single player war bis vor kürze mission 1 5 ausgelaufen wegen den vielen mods nur jetzt hoch genug bauen damit die zwei blöcke regel eingehalten werden kann das ist noch nicht zwei blöcke hoch oder wenn es zwei heißen wenigstens etwas alles kein problem ich bin echt gespannt wie es aussieht wenn ich wieder komme ich bin so es ist einfach nur ein holzglock ok habe es hier dass ich einfach nur einen rückzugspunkt haben wo wenn wir nacht haben und so weiter reise muss ja nicht sein dass wir da unnötig kämpfen ich könnte auch einen fetten haus äh aussichtsturm bauen ja ja gravel das allerschlimmste an minecraft außer für wege auch wenn ich durch fall schaden stern habe ich keine lust drauf hier ist nichts noch sonst ne kann ich mir mal f1 ein bisschen schöner aus dann sieht er nicht die ganze leiste und so ist doch schön so jetzt haben wir die höhe auch erreicht die wir brauchen hole hey ich finde es unlogisch dass man kohle nicht zu diamanten pressen kann es müsste ja eigentlich gehen kann es aber auch coole koks machen wenn du willst es bringt mir jetzt aber gerade nicht fürs nichts fürs battle sonst würde ich das jetzt schon sagen können wir mal machen können wir mal machen wird es ein bisschen lustiger hier haben wir noch mal baum und meine spitze hat das kaputt meine eisenachste kaputt gegangen die nicht eisenachste aber ich denn hier die periode ist rum wir dürfen wieder abmoderieren da gebe ich dir jetzt das wort ja dann danke fürs zuschauen von der weiteren folge battle season 9 link zur ersten folge plädelt social media in der beschreibung und auch zu agps kanal und anderen und guckt bei ihm vorbei und danke fürs zuschauen tschüss bis zum nächsten mal ciao